Hallo ihr Liebchen! Heute ist der 19. Dezember. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich muss noch kurz überlegen. Ach ja, wartet mal jetzt, wo ich es lese. Adventskalender, ja klar, das 19. Türchen. Und es befindet sich hier unten und dahinter verbirgt sich hoffentlich ein Bild, hoffentlich ein Bild. Ah, okay. Es werden wohl doch nicht so viele Bildausschnitte, wie ich vorerst gedacht hatte. Ich schätze mal, dass die ganze untere Reihe dann auch keine Bildausschnitte sind. Also 10 AP haben wir jetzt bekommen. Ja gut, hier oben ist ja schon zu, ne? Das heißt, hier könnte noch, aber das fände ich ein bisschen seltsam, glaube ich. Oder hört das Bild vielleicht schon hier auf, dass hier nur noch... Was fehlt denn von dem Outfit jetzt wirklich noch? Die Mütze auf jeden Fall. Naja, wir werden sehen. Morgen ist der 20. Morgen haben wir das Geheimnis wieder ein kleines Stückchen weiter gelüftet. Also Leute, ciao, ciao.